Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Sits, ja sorry, beim letzten Mal haben wir Namek erreicht und da schon ein bisschen die Bude gerockt und dieses Mal wollen wir weitermachen hier mit Operation, Operation vor allem 13, Level 13, G-Sumbata, da werden wir mit Goku antreten, ich versuche jetzt, ich muss ja alle auswählen, dann nehmen wir Goku, wir tauschen mit noch aus, ja, Piccolo ist ja noch gar nicht da in dem Stadium, von daher nehmen wir da Vegeta, Goku muss jetzt ausgerüstet werden, anpassen, haben wir denn noch ein paar Sachen zum Anpassen, Auto anpassen, Setup, ah, ja, ja, ist mir bewusst, so, alles voll, krass, so, der Rest kann dann, der Rest haben, erhalte eine Menge extra DP, wenn du eine Mission absch- Das ist geil, oh mein Gott, was ist das? Verstärkt den Rückschlag, Effekt eines Kiex, na pff, was soll ich damit, mehr Erfahrungspunkte finde ich schon gut Der Partnerrang steigt schneller auf, entweder das oder, ne, wir nehmen erstmal das da wieder, dass Goku hier ein bisschen schneller aufsteigt Da haben wir nichts Besonderes, das ist geil, wir haben eine Karte gefunden, damit wir mehr DP kriegen Achso, DP, ich wollte aber PP haben, wie mache ich das denn? Gibt es bestimmt auch ein Item für, werden wir nochmal sehen, irgendwann, sicherlich Los geht's! Ta-ta-ta-ta! So, viel Zeit habe ich nicht mehr Ja, ich finde das immer schwierig, Sonntags ist nur noch mein Aufnahmetag, ich habe sonst keine Zeit mehr in der Woche, da ich ja jetzt in Elternzeit bin Das heißt, mittags schläft mein Sohn immer zwei Stunden, ich könnte da was aufnehmen, aber da habe ich dann was mit Hausputz und so eher zu tun Von daher geht das nicht Und ja, deswegen habe ich nur sonntags. Und wenn sonntags da mal irgendwas dazwischen kommt vorher, dann habe ich keine Zeit wirklich zum Aufnehmen. So, let's do this. Wen machen wir zuerst? Ja, genau den machen wir erstmal platt. Den ganz schnellen. Warum machen wir den zuerst platt? Weil der gerade schon mit Energieball auf mich geschossen hat. Ich bin mir ganz sicher, dass die alle hier, dass er die ganze Zeit dann mit seinen Energiestrahlen... Nur ab... Danke, Leute, dass ihr mich so sehr unterstützt und mir helft, die Genki-Anzeige aufzufüllen. Was hast du da? Kaioken! What? Hallo. Wann geht's noch? Leute, ihr könnt mich ruhig ein bisschen unterstützen. Ich habe nichts dagegen. Nur mal so nebenbei. So. Bam! So will ich das sehen. Sauber! Komm! Jawohl! Maximale Kette! Geil! Kaioken! Bam! Bam! Komm gerne mal! Bertz! Bertz! Oh, das gibt auch ein Nies an Genki. Piu! Bleibt stehen! Kannst du jetzt mal treffen, bitte, Goku? Meine Güte! Bam! Bam! Töte ihn! Meine Güte! Mach doch nicht so ein Heckmeck draus! Goku hat, glaube ich, gerade einige Startschwierigkeiten. So, Spezialbonus. Einen haben wir erledigt. Jetzt kommt Geese dran. Der olle Kacklappen. Bestimmt wird Ginyu-Glair auch noch eingreifen, so wie ich den kenne. Einen König im Nerven. So, und zurück damit. Den kannst du wieder haben. Ihr könnt den auch gerne nochmal zurückschießen. Leute, was macht ihr denn da? So, machen wir die Genki-Anzeige mal eben voll, weil wir es können und toll sind und so. Ja, da kommt er. Nein! Verfehlt! Ja, so oder so verfehlt. Toll. Oh, ich hab keinen Key mehr. Nein! Komm her! Komm her! Komm her! Und wir sind fertig. Jetzt geht's nur noch darum, ihn schnell down zu machen. Vielleicht sogar mit einem Kami-Hami-Ham, wenn wir das hinkriegen. Wäre zumindest nice. Wohin will der denn jetzt? Bleibst du mal stehen? Ey! Warum ist der jetzt geflüchtet? Das war schon die ganze Mission, so ein Quatsch. Ernsthaft? Wie lame. Typisch G's. Nur am Abhauen und Feige verpissen. Genki-Anfrage! Volle Granate! Los! Glauben, deine Kraft, LP. Ich muss den Namen um den ändern, weil... Eigentlich muss da Dengoku-Senpai stehen. Verstehe ich nicht. Dengoku-Senpai. Ja, Gehlea! Gehlea! Los! Ja! So, geschafft. 100 Genki-ER, I-R. Ich kann mal im Shop gucken, was ich alles kaufen kann jetzt, Neues. Weil Geld habe ich allein theoretisch genug. Doppel-S-Rang! Wo noch mal wieder Zeit? Komm, hab ich guckt, hab ich wieder einen Doppel-S-Rang. Oh, schicke neue Karten. Bata. Bata! Ich bin Bata, deine Mutter. So, habe ich noch Kaffee? Ah, das ist, glaube ich... Kaffee ist rar. Meine Kamera ist gerade ein bisschen überfordert, sehe ich gerade. Vor allem sehe ich voll bleich aus, dieses Mal. Ich habe aber nichts am Licht geändert oder so. Komisch. Ähm, wir haben noch gute neun Minuten. Wollen wir noch eine Mission machen? Ja, komm, machen wir noch Level 14 hier. Let's do this. Anpassen. So, das kann weg. Nehmen wir die dafür. Sonst habe ich ja nichts, ne? Nö. Gut, bestätigen. Jetzt werde ich Vegeta nochmal aufrüsten. Anpassen. Dann machen wir hier nämlich direkt, ähm, Autor anpassen und dann Setup B. Siehst du, Energie-Dinger hat da voll. Der hat einige... Was hat er denn da unten jetzt? Der Partnerrang steigt schneller auf. Ja, das ist gut. Okay. Dankeschön. Ja, bestätigen. So, wollen wir losstarten? Acht Minuten. Das ist so ein bisschen knapp, so ein bisschen. Ich hoffe immer, dass ich das packe. Ich darf nur nicht zu viel Zeit verbummeln. Aber verbummeln... Zeit verbummeln macht Spaß, Leute. Ohne Scheiß. Ich mag das Spiel so gern. Also, es ist bei mir so. Ich verliere ziemlich häufig schnell die Lust am Spielen. Oder an bestimmten Spielen. Raging Blast 1 zum Beispiel habe ich nach kurzer Zeit gedacht, oh man, das ist langweilig. Aber bei dem Spiel habe ich dir das Gefühl, oh, kann ruhig weitergehen. Los geht's. Let's do this. Ja. So, los geht's. Ich will Ginyon nicht als ersten angreifen. Ich will erstmal hier die Freezer-Soldaten auslöschen. Warum? Weil ich es einfach kann und weil ich geil bin. Toll, ein Angriff und der Typ ist schon down. Hallo. Oh shit. Oh shit. Hallo. Oh, Alter. Was geht hier ab? Allauf ein. Los. Bam. Bam. So, der ist erledigt. Noch ein Freezer-Soldat. Erstmal die Freezer-Soldaten weg. Da haben wir Ruhe. Oder auch nicht. Weitere Gegner sind aufgetaucht. Yay. Bam, 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 bam. Oh, was wird das denn jetzt? Achso. Kajoten. Wollte ich gar nicht. Nächster bitte. Watsch. Ach mein Gott, bewegt dich doch nicht weg, du. Wollte eigentlich gucken, wie viel Gankian zeige ich damit auffülle. Zwei auf einmal getroffen. Geil. Cool. Bam, bam. Spezialbonus. 30.000. So, jetzt erstmal Geest. Wenn er denn nicht die ganze Zeit abkommen würde. Bam, erledigt. Äh, erwischt meine ich natürlich. Nicht erledigt. Leute, Angriff. Sauber. Noch einer, komm. Ach, Leute. Boah, ich glaube, wir müssen easy. Na, komm, komm, komm. Ha! Oh, mein Gott. Puh. Kette drei, komm. Kette maximal. Kette maximal, genau. Maximale Kette. Kette. Oh, ist das unangenehm. Wir wurden ja die Zähne gezogen. Das hatte ich ja schon in einem Part erzählt. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Und, ähm, jetzt mit Mund zuniesen, da fühlt es ja als, als ob da auf einmal so Riesendruck aufgebaut wird. Richtig eklig. Was war das jetzt? Achso. Na, komm her. Dich erledige ich noch mit dem Schlaf hier. Bats. Weg. Jawohl. Achso, das war's schon. Äh, äh, äh. Ginyu müsste ja eigentlich auch noch mit auf dem Tablet sein, würde ich gerade sagen. Alter, wie viel Damage. Ich bin gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Oh, Ginyu schießt mich hier die ganze Zeit ab, ne? Der blöde Kackspaten. So, der ist erledigt. Jetzt haben wir noch Ginyu zur Auswahl. Da ich ja auf Genki-Anzeige aus bin, klatschen wir ihn jetzt erstmal eine. Bats. Nein, ich bin erledigt. Nein, ich bin tot. Ich bin gestorben. Hallo, kann mich mal jemand wiederbleiben, bitte? Okay. Super. Wo ist denn der Affe jetzt? Da. Fick dich, fick dich, fick dich! Meine Güte. So, gib ihn. Batsch. Kann jemand mal mitmachen, bitte? Ach, Leute. Ich kann das doch nicht alles hier alleine. Ach, wir sind sowieso fertig, von daher. Wir kommen dann, geben wir ihm jetzt eine. Bam, padam, bam, bam. Nein. Geh weg. Er hat mir eine gegeben, der blöde Bastard. Friss das. Ja, 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 gib ihn. Er lebt immer noch. Batsch. Steh auf. Los. Friss mein kleines Kamehameha. Bam. Oh, ich hab kein Ki mehr. Sehr schön. Ja. Warum? Was soll denn das? Jetzt bin ich schon wieder tot. Alter. Meine Güte. Wo ist er? Kamehameha. Pfff. In sein Gesicht und tot. Sauber. Weil du schlecht bist. Gengki-Anfrage! Gib ihn! Los, Gokko. Meine Energie. Jeder Funken soll dir gehören. Los! Ach! Schneller! Los! Na, komm! Batsch! Los, Gokko, nimm meine Kraft! Bitteschön. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wer auch immer gerade meine Kraft gebraucht hat, es wird ihm nützen. Ein S-Rang! Wow! Kein Doppel-S-Rang, sondern nur S. Ich finde, die Level gehen echt leicht, dadurch, dass man immer wieder beliebt wird. Mutenroshi haben wir gekriegt. Hm. Wir sind auch schon wieder fast am Ende des Parts. Ich will nochmal die Ausrüstung angucken, anpassen. Ich wollte gerade sagen, wo sind deine ganzen Karten jetzt hin? So, hier haben wir noch 15er, da machen wir jetzt eine 30er draus. Was ist 20er? Hier haben wir noch 15er. Hier haben wir 10er. Uh, 20er! Geil, geil, geil. Kommt eine 10er weg, kommt eine 20er für rein. Haben wir für die anderen wieder ein bisschen mehr zum Ausrüsten. Aber Vorlieb nehme ich immer erst bei Goku. So, was haben wir hier Schönes? Senkt feindliches Ki, das hatten wir schon. Werden die TP reduziert, wird das Spezial verstärkt. Fähigkeiten werden beim Kampf am Boden, das hatten wir schon mal, oder? Tja. Pech. So, bestätigen. So, Leute. Ich denke, wir werden deinen Part jetzt an dieser Stelle beenden. So, anpassen. Kriegt er hier wieder die ultimative Anpassung, und zwar Autoanpassung Setup B. Yay, er hat noch eine Karte dazu gekriegt. Leute, wisst ihr was? Wir werden jetzt den Part an dieser Stelle... Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet ihr wieder an, wie es heißt Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z. Hauszeit, Hauszeit, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dengoku Senpai. Tschüss. 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 Tschüss.